der das überhaupt erst ermöglicht, scheinen die allerwenigsten wahrhaben zu wollen. Die Aussage, dass Fleisch viel zu günstig ist, wäre ja Verrat am kleinen Mann, für den ja alles immer teurer wird und natürlich auch nur, weil man ihm schaden möchte. Natürlich. Seit knapp einem Jahr Freiwilligendienst in meinem Kindergarten muss ich...